Herzlich willkommen bei Elektro-Müllbrat in Güstrow. Als Miele Premium Partner bieten wir Ihnen eine umfangreiche Palette an Haushaltsgeräten und eine ausführliche Beratung. So führen wir im Bereich Teppichreinigung eine große Auswahl von einfachen Handstaubsaugern bis hin zu leistungsstarken Bürstsaugern verschiedener Bauformen. Ein Highlight stellt der Miele Saugroboter Scout RX1 dar, der bei Bedarf automatisch in seine Ladestation fährt. In unserer Abteilung für Küchen-Großgeräte finden Sie eine große Auswahl an modernsten Spülmaschinen, Herden, Backöfen sowie Kaffeevollautomaten. Optimale Bügelergebnisse bei hohem Anwendungskomfort erzielen Sie mit Miele Dampfbügelstationen. Selbstverständlich halten wir für Sie auch eine große Auswahl an modernen Waschmaschinen bereit. Neben Lieferung und Einbauservice sowie Altgeräteentsorgung bieten wir Ihnen einen Rundum-Service und qualifizierten Kundendienst mit neuester Hard- und Software. Elektro-Müllbrat – Ihr kompetenter Partner für Hausgeräteservice in Güstrow. Wann dürfen wir Sie begrüßen?